Hallöchen und herzlich willkommen, meine Gangartoffchen, zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Caro? Caro! Das hat echt lange gedauert und der Hendo kommt auch wieder aus seiner Vertiefung heraus. Tiefer gelegt. Tiefer gelegt, okay. Und wir waren in den letzten Folgen ja sehr produktiv. Wo ist Caro hin? Ach da. Wir waren in diesem komischen Menschengedöns und haben dort ziemlich viel geilen Stuff gefunden. Beispielsweise auch das hier, was ich in der Hand halte, nämlich ein Name-Take. Und das benutze ich jetzt mal mit meinem Pferd. Und mehr habe ich für heute auch nicht geplant, deswegen müssen wir... Hendo! Hendo, das nicht. König des Kürigals Lasagne. Wie mache ich das denn? Ach, ich brauche erstmal einen Amboss, oder? Ja, das ist ja... Das kann ich ja super. Wie macht man denn einen Amboss? Hat jemand schon einen Amboss? Ja, ganz viel Eisen und Eisen und Eisen. Ja. Du brauchst drei Eisenblöcke oben, ein normales Eisen in der Mitte und drei unten. Machst du schon was, Bibi? Nein, ich hab hier die Kisten. Nein, haben wir gar nicht. Hendo, wir haben voll viel Eis. Okay, wie viele Blöcke brauche ich? Drei, ne? Wir brauchen definitiv mehr Krims-Kraus. Hast du das geändert? Caro, drei, ne? Oh, was? Ja, drei Eisenblöcke. Wow. Wow. Weißt du, da bauen sie ihre Musikanten-Stadel. Nein. In unser Stall. Und kommt deswegen nicht mehr klar auf ihr Leben. Das ist unser Stall. Und zwar nenne ich das Name-Tag jetzt Jacksparrow. Ich brauche Klassen. Habe ich. So. Der Stall. Machst du noch was? Hendo, jetzt war aufzuwerfen. Das Pferd heißt Jacksparrow. Glas, wird das noch? Weil ich es kann. Jacksparrow. Stufen? Welche? Er heißt Jacksparrow. Aber wir könnten das eigentlich mal mit dem anpassen hier, ne? Das sieht, glaube ich, geiler aus. Ich baue das mal ab hier. Ich stelle was in der Pläne rum. Das mag niemand. Du hättest diesen riesigen Gorn hier gepflammst. Ausdruck. Nein. Nein. Ja. Du kriegst keinen Lama. William Turner. Ich züchte dir keinen Lama. Okay. Du darf Karos Lama züchten. Vor allen Dingen der Satzbau. Du darf Karos Lama züchten. Oh, Eki. Du darfst. Du darfst, hast du gesagt. Du hast gesagt, wieso darfst du? Da kommt ein Holzchen. Nein, hast du nicht. Blume. Blume. Außerdem wurde in den Kommentaren noch was vorgeschlagen, Leute. Was denn? Nämlich, wir sollen doch bitte noch ein Beet in Form eines Kürbisses bauen. Und ein Melone. Nein, nicht Kürbis, nicht Kürbis. Melone, 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 Melone. Meloni. Dummele, du. Bibi. Wie jetzt eine richtige Melone oder Minecraft Melone? Was denn? Oder Melonschäbchen. Das Holz, wo du die Gebäude von gebaut hast, ist das Fichte, ja, ne? Das heißt Fichte, ja. Ich habe sowieso überhaupt keine Ahnung, wie ich ein Melone-Dingens bauen soll. Fichte. Soll das hier eine Kartoffel darstellen? Fichte. Fichte. Ja. Was? Meine Kartoffeln. Bitte was? Ich bin raus. Die hat Ecke gebaut, hallo. Kannst du bitte aufhören, Eckis Gebilde zu beleidigen? Oh, das ist ein Pferd. Ja. Das ist mein Pferd, immer noch. Lass mein Pferd. Hast du doch deine Angst? Mach ein Stehbälle schon. Alter, jetzt züchtet aber jemand einen Mammutbaum nach dem nächsten. Ich mache jetzt mal einen weg. Okay. Vielleicht mache ich auch beide weg, aber dafür muss jemand ganz lieb bitte, bitte sagen. Bitte, bitte. Okay. Beide. Ballern. Ups. Wo habe ich denn jetzt sechs Eier her? Du bist einmal am Hühnerstall vorbeigelaufen. Das wird sein. Was machen sie hauptberuflich? Ich lasse mich in den Hühnerstall reinschlagen. Passiert. Eingestellt. Mein Beileid. Oh, halt. Oh nein. Alter, dieser Boom ist so groß. Ich hole mir. Alter. Der Boom ist groß. Hast du schon mal den Boom? Ich blicke was, was du nicht blickst und das ist grün. Boom. Alter, war das ein Kanon. Boom, boom, boom. Boom. Boom, boom. Boom, boom, boom. Wir fangen jetzt auch an mit Acapella, ne? Nein. Doch, wir alle zusammen. Okay. Vor allem, bevor du fertig warst. Nein. Ecki, mach den Bass. Nein. Nein. Doch. Ecki sagt nein. Oh. Das zählt aber nicht. Ecki hat nichts zu sagen. Doch. Boom. Nee. Oh, ich fall runter. Da. Haha. Hoffentlich stirbst du. Tschüss. Alter, Leute, es ist so schlimm bei uns, ne? Nein. Wir singen halt sehr gern. Sehr gemütlich hier, Boom. Ich geb dir gleich mal singen. Wirkliche Menschen. Sing, sing. Sing. Das sind Röschen. Ich hab Röschen-Grozzys gefunden. Röschen-Grozzys. Komm gleich wieder. Ach, Mist. Ja, stimmt. Das, die haben irgendwie... Wer stirbt wieder? Das geht nicht. Röschen-Grozzys. 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 Oh ja, da kommt gleich wieder der böse Creepermann und sprengt sie dreimal in die Luft. Bäh. Die bösen Röschen. Ich hab irgendwie meine... Ich hab irgendwie... Ich hab keinen Platz in meinem Inventar. Was macht denn Willi da oben? Der guckt in diesen Baum. Ich hab diesen bescheuerten Mammutbaum weg. Hallo. Mal hier, es fliegt Bäume. Hast du ein Stück vergessen? Ich geb dir gleich. Was denn? Kann sein, dass der hier bei uns im Haus ein Mammut-Mammut warnt? Oh Gott, das ist... Den kannst du gerne wegmachen. Ich bin schon mal dabei, aber ich hab das Gefühl, er geht endlich nach oben. Okay, ich bei dir hier auch. Das ist unglaublich. Sag mal, Eki, was machst du da eigentlich gerade? Wolle, 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 Blumen. Ich nutze hier meinen, mein Inventar gekippt. Nee, das ist ja schli- Ah! Hups. Stein, Stein. Wolle, Wolle. Ey, Ruki. Ja. Du bist im Schirm nach vorne. Warum? Lalalala. Ich bin hier drüben im Bogen. Warte, ich muss gleich mal gucken. Ich baue mich hier ein Baumhaus und du? Ich bobe einfach nur rum. Wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Du siehst mich, das Bogenbrüder? Beim Haus. Bogenbrüder. Was sind das? Die Bogenbrüder? Jo, Edo, was geht? Jo. Warte, dann mach ich erst mal ein Screenshot. Du hast Nahrung. Jawohl, ich hab Nahrung. Ich bleib ja wo für immer. Ja, was da oben ist Holz. Ich und mein Holz. Mein Holz ist amazing. Was? Das hat doch da nichts zu tun. Holzi, holzi, holz. Holzi, holzi, holz. Alter, ich und mein Holz. Mein Holz ist amazing. Fichte. Jetzt geht das schon wieder los, weißt du? Da hättest du die gerade auch zu lachen. Fichte, Fichte, Blume. Zombie, 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 Zombie. So. Weißbrot. Boom. Boom. Ich hab einen Stamm gefunden. Billy? Ja? Schlafen. Nein. Vorsicht, zwei Zombies. Nein, 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 nein. Ich bin in den letzten Folgen schon zu oft gestorben. Reichts. Du bist, hallo, du hast dich selbst gestorben. Gesterbt? Ja. Ja, und zwei Mal bin ich gestorben. In der Mansion. Das sehe ich nicht. Hör jetzt doch auf, hier überall Bäume zu platzieren. Baum, Baum. Die werden doch alle nur riesig. Warum ist hier so ein Stamm? Mach den Stamm doch mal weg. Wollten wir da jetzt eigentlich schlafen gehen? Ich denke schon. Nein. Oh, sieben schon. Willkommen Besuch. Hallo. 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 Ich hab Fleisch für sie. Es haben gekippt. Ist hier noch Holz irgendwo? Alter, was habt ihr jetzt eigentlich? Hä? Ich darf nicht euren Musikantenstadel abreißen, aber ihr. Ja, wir haben es geändert. Wie habt ihr es geändert? Ich möchte das unseren Sachen farblich anpassen. Ja. Ah, okay. Gehen wir bitte schlafen. Okay. Oh, ich bin gerade in meinem Bogen. Au. Ja, ich komm doch. Bist du noch nicht fertig? Aber ich bin noch auf meinem Bogen. Komm runter. Und gleich ist es. Komm da jetzt runter hin. Du stirbst wieder. Nee. Wieder? Ich komm überhaupt nicht. Ach so, guck mal. Baby liegt schon hier. Weißt du, was ich dazu sage? Hier sind Monsters nearby. Wenn du gerade draußen runterkommst, kannst du dann gerade noch die Monster kaputt machen? Ja. Da liegt was in meinem Bett. Caro, nein. Was denn? Komm zu mir. Es ist so schön vorgewärmt. Da lag die Monster. Ich hatte die drin gepupst, ja. Ja, ich sage ja vorgewärmt. Okay, dann schlaue ich halt mit Eki in einem Bett. Nein. Da sind Monster in der Nähe. Ich kann nicht schlafen. Ja, ich klär das. Das mache ich nicht konkret. Ich würde sagen, das ist einfach wirklich. Der sei ja dämlich. Wir gehen Monster prügeln. So, ist weg. Wann das alle? Ja. Schade. Geil. Dreck. Geil. Geil. Dreck. Warum bist du denn jetzt aufgestanden? Hä? Warum bist du denn jetzt aufgestanden? Was ist denn da hier, Caro? Das ist mein Kopfspruch. Du glaubst, irgendwie warst du. Alter, das ist nicht. Wenn wir das irgendwann mal erleben, dass wir in der ganz normale Familie auch ganz normal schlafen können. Nein, ich gehe nicht super schlafen. Nein. 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 Ich habe ein Hühnchen. Schaut euch das mal an. Ich habe mal einen Pum. Mein Pum ist amazing. Mein Pum ist weg. Was ist das denn hier? Was denn? Ich wusste nicht, was es ist. Ich habe es weggemacht. Hast du meine Nachtlampe abgebaut? Natürlich. Was für eine Nachtlampe? What the heck? Das Nachtländchen. Draußen. Wow. Ich baue hier hinten das Ding mal ab. Nein. Ich riefe eines Creepers. Da ist ein Enderman. Da ist ein Creeper. Da ist ein Creeper. Willi, nein. Willi, nein. Willi. Nee. Du wirst doch, dass ich sterbe hier. Da kommt noch ein Creeper. Oh, hallo. Willi, nein. Willi. Geh da hin. Da kommt mir nach. Ja. Ich habe es mal wieder gerettet. Wiege. Willi. Geh. Ja. Du hast an unserem Stall nichts zu suchen. Geh du doch. Oh. Das hat weh getan. Caro, ich werde eh gewinnen. Gar nicht. Klar. Ich habe noch volle Herzen. Ich auch. Ach, erst mal essen, ne? Achso. Ja, gut. Ich habe nur ein Schnitzel. Geh weg. Schnitzel. Ja. Wer braucht denn hier hinten eigentlich über diesen hässlichen Holzblock? Ja, ich, damit ich da hochkomme. Warum willst du denn da hoch? Da oben ist doch gar nichts. Doch, klar. Da warst du vor Augen. Ja. Wow. Oh. Was macht Bibi eigentlich da? Sie macht aus dem Baum einen schönen Baum. Ja. Da musste ich kurz laut lachen. Naja. Ja. Okay, brauchst du noch was? Ich doch nicht. Nee, danke schön. Alter. Okay. Soll die da in Stimmung kommen, wenn du sie umkommst? Ach, Mensch. Nein. Ich habe meine Axt dicht. Wo kam der denn jetzt her? Caro. Ich habe dein Feld abgebaut. Ja? Holz. Ich und mein Holz. Spitzhacke auch. Nö, Spitzhacke habe ich. Danke. So, das mache ich mal so. Ich habe fast alles aufgesammelt. Warte. Oh, da ist ein Baum. Selbst das kriege ich nicht. Das war doch richtig, oder? Das war richtig. Doch, das war richtig. Guck hier. Nee. Hallo. Oh lol, ich bin einfach zu gut. Zu gut, um es zu wissen. Nee. Nee, andersrum. Nee. Was ist hier passiert? So. Willi? Wir sind Ingenieure. Was denn? Was ist hier passiert? Hendo hat gepupst. Das stimmt doch gar nicht. Boah, Hendo. Ich habe gerade Kühe gepaart. Pass dir bitte nicht so viel. Er paarschippte jetzt. Ich wollte auch gerade sagen, er paarschippt jetzt. Leiderum. Oh, Gottes Willen. Ah, dir fehlt hier die Hälfte. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Du Schmoggo. Was war denn hier überhaupt? Vielleicht kann ich ja helfen. Ja. Oh. Samen. Ja, von Löwenzahn. Ja, von Löwenzahn. Kommt vor die Haustür, ja. So, und jetzt brauchen wir Erde. Leute, wer hat Erde bei? Niemand. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Komm mal. Warte. Nein, warte mal kurz. Klub, klub. Eki. Löwenzahn. Da. Hieieieie. Hinter dir, Eki. Ach, du hast ein Feld vergessen, du Blut. Ich wollte dich gerade, äh, äh. Ja, ich habe keine Samen mehr gehabt, du Nutte. Oh, habe ich nicht gesagt. Bitteschön. Bitteschön. Wo ist denn hier? Ich bin doch kein Dirt. Was? Ist so ein Dirt, hä? Wo ist denn der Dreck? Ich habe gehört. Alter, ich frage die ganze Zeit, wer hier Dirt hat. Kannst du aufhören, an einem Eichensetzling zu hauen? Geh weg. Gehst du doch weg. Ja, so du. Jo, ich nehme ihn. Der Kampf mit den riesen Mammutbäumen ist entbrannt. Jetzt heißt es, aufpassen, dass nicht noch weitere entstehen. Das wäre vermutlich sehr fatal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr weinen Kommentar und eine Bewertung vormühlen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.